Hey ho und willkommen zurück zur neuen Aufnahme Session von Cysteria. Ausnahmsweise mal eine Solo-Aufnahme, noch eine Solo-Aufnahme. Mal schauen, es wird sich irgendwann in zukünftigen Parts schon wieder ändern. Äh, wo muss ich denn als nächstes hin? Gehe zu den Ruinen, die in Seehafen entdeckt wurden. Alles klar? Welch? Echt jetzt? Alicia scheint viel Stress zu haben. Ich glaube wir müssen aber erstmal wieder zu Alicia, oder nicht? Alicia! Alicia! Alicia, pardonne-moi! Ok. Äh... Einkaufen brauchen wir ja eigentlich nichts mehr. Und Nebenquests so gesehen müssen wir ja auch momentan keine mehr machen. Toll. Schön. Wie ich es mag, wenn Starray klebriges Zeug fabriziert. Das ist... Ich hätte jetzt was Falsches gesagt, aber ich lasse das glaube ich besser. Nein, ich ignoriere euch. Ich ignoriere euch. Ihr werdet später wissen, warum ich das hier tue. Aber ich will das einfach selber dann herausfinden. So... Hi Alicia! Geht's ihr gut? Munter? Fröhlich? Wie geht's das? Wie geht's das? Wie geht's das? Schade, wir konnten uns die Räume zu verbreiten. Aber im Endeffekt, ich musste mich selbst prospatieren. Das muss wohl schon sein. Haha. Geht's nicht, geht's gut. Ich ging ein bisschen zu weit, nachher. Die Diftah-Familie hat sich als ein Teil der Imperium-Familie. Aber meine Mutter ist nötig zu normalen Bürgerinnen, und später wurde ich auf einem Wim von meinem Vater. Also, alle mich verabschieden und wussten, dass es natürlich, dass ich nicht die Politik folge. M'lady. Und so... Das ist, warum ich wollte das Richtige tun. Ich wollte mich von allen zu erhalten, in honor von meinem alten Vater und Mutter. Warte. 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 ... Nur für einen Moment so, gefühlte 10 Spielstunden. Ja, das Schlimmste Dekuit, was man bekommen kann. Die Rosa Wangen. Ich demonstriere einmal Bäm, so, man sieht ja noch nichts Aber, warte mal, wo komme ich denn noch mal rein? Äh Warte mal, ich komme doch Hier, L2, jetzt kann ich auch bearbeiten Tja, tja Das sieht bei ihm nicht mal so scheiße aus Wie bei den anderen Oh, mein, Gott Es ist perfekt Okay, Mikleo Dein jugendlicher Charme erfüllt mich mit Sehr, sehr seltsamen Zweifeln Oh, ein Kraut Viel wichtiger, Kräuter Jetzt wäre es eigentlich geschickter Mit der Schnellreisefunktion zu reisen Wobei ich noch mal ins Hotel müsste, ins Gasthaus und Mal wieder nach Sequenzen schauen muss Ich finde es toll, dass die Leute immer so im Vorbeigehen reden Ja, Siste, Lila kann wenigstens Donuts backen Wobei ich mich frage, wie sie das macht So mit heißen Ölhandtieren Mitten auf der Straße Das ist etwas eigenartig Nein, das hätte ich Das hätte ich auch Egal Ja, das hätte ich mich Das stimmt. Und auch noch, Alicia machte kundige Argumenten. Ist das eine gute Sache? Es ist wie, wie wenn jemand deine Fehler gemacht hat, dass es dich wirklich verletzt hat? Wahrscheinlich wird es dich verletzt, oder sogar schlafen. Sie sind nur Menschen, nach allem. Das bedeutet, dass, indem sie ihre Räsenze auf andere kohnt verletzt, sie kognitivistische Dissonanz und sich die Menschen gegen sie verletzt. Also das ist es. Selbst wenn sie richtig ist, ist sie mit Hostilität. Und sie trifft ihre Herausforderungen direkt auf. Was in turn bringt nur noch mehr Hostilität. Also das ist, warum sie so schuldig ist. Was ein Schmerz. Ich bin sicher, dass es auf ihr hart ist. Aber ich glaube nicht, dass Alicia's Gefühle komplett verletzt sind. Obwohl wir die Situation brauchen, um sicher zu wissen. Alicia ist nicht der einzige. Ich muss sie auch für mich sehen. Rose, du bist schuld. Du bist sowas von schuld. Du hast mir eine falsche Hoffnung gemacht. Und äh... Ich verzweifle hier gerade. Ich hatte gehofft, dass das... Okay, es kommt wenigstens auch keine Sequenz. Ich hatte gehofft, dass ich das tatsächlich jetzt schon machen muss. Äh, aber scheinbar war ich fehlgeleitet. Ich muss gar nichts machen in diesem Spiel. Wunderbar. Egal. Machen wir einfach weiter. Ich hätte mich doch worpen können, Trottel. Da muss ich nicht den ganzen Weg nochmal zu der Ruine hinlatschen. Denn... Äh... Warte mal. Kann ich überhaupt was einstellen? Ooooooh... Hm... Das ist... Doof. Wobei, Schatzwiederherstellung brauche ich so gut wie nie. Zumindest nicht hier. Deswegen machen wir hier den Dienst hier, Norman. Und... Äh... Warte mal. Was brauchte Miklio? Er brauchte Defense. Defense gibt es da schon. Sehr schön. Dann machen wir hier nochmal... Attack. Wir brauchen immer Attack. Ja, ist mir egal, ob der an Lastenbell ist. Wir haben die Gegner auch nur zwei Level mehr. Sagen wir mal, ich würde jetzt die höherwertigeren, äh... So gesehen, Norman reinmachen. Ich bin so eine Trottel. Ooooooh... Wieso mache ich kein Schnellreisen? Uh... Uh... Ich weiß, was ich machen kann. Ich könnte ja die einen Gegner da herausfordern. Warte mal. Seehafenhöhe. Oder das mache ich erst danach. Eingang zu den... Gjallahadurin. Genau. Äh... Was wollte ich jetzt sagen? Ja, genau. Man könnte ja höherwertigere Normen einstellen. Und dann... Wären aber die Level von den Gegnern auch noch höher. Und das ist so zuweilen ein Scheiße. Äh, ich hab grad null Orientierung. Ah, hier bin ich. Alles klar. Hier muss irgendwo noch ein Kraut liegen. Oh, man. Wieip. Ich find's interessant, wenn man alleine aufnimmt, schweift man nicht so schnell vom Spiel ab. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Dieses geheime Secret. Das ist... Oh mein Gott. Das hätte ich so nie gefunden. Und... Oh mein Gott. Das ist... Das ist... Wow. Bam. Ah, die Musik finde ich hier richtig geil. Das ist das? Es hat nicht nur durch die Wasserfläche geliefert. Wenn es nicht vorhin gemacht wurde, dann bedeutet das... Es benutzt Seraphic. Diese Ruin muss sich aus dem Temperatur von Avarost. Genau. Das ist Lefei, die Schrein des Triegel des Wasser. Es hat ein paar Zeit, seitdem wir uns von einem Shepard besucht haben. Ich bin Shepard Serae. Ich bin Prime Lord, Laila. Du musst bist der Wasserlord, Amina. Ich bin Ananak. Ich bin Althol, der Protektor-Seraph, der serveert Amina. Ich komme direkt zum Punkt. Was müssen wir tun, um den spirituellen Macht zu bekommen? Mein Schwert? Wo? Wo ist mein Schwert? zurück. Holy crap! Schwert? Es gibt etwas über. Das ist Azura. Ich habe gehört, dass ich ein powerful Helion zu verhindern kann. Ich bin schwerter. Na wobei, wir brauchen ja eher einen neuen Start. Wenn Miklu das nächste Mal ja wieder dabei ist im Team, braucht er ja einen neuen Start. Mit seinem rosa Päckchen. Mit seinem rosa Päckchen. Fokus. Das ist... Warte mal. Normalerweise kommt Miklu dann wieder mit rein. Das heißt, er kriegt das erst mal. Er kriegt das erst mal. Art Verteidigung. Ach ja! Oh! Dazzle. Ausnahmsweise mal. Angriffskraft. Dazzle. Salbei. Maximale KP. Machen wir mal Woes. Dann hast du wenigstens eine Sekunde 1600. Ich mag diesen Tempel absolut nicht. Bis auf die Musik. Genau wegen diesen verdammten Augen. Das Problem ist nämlich, wenn man den Augen ins Blickfeld läuft, wird man immer wieder zum Eingang teleportiert. Oder wenn man einen Safe Point mal hat. Endlich mal. Das dauert aber. Und den habe ich glaube ich... Das Glück habe ich glaube ich so schnell auch nicht. Ähm. Dann... Dann... Wird man... Hat jedes Mal wieder... Da... Weggerissen. Das ist so ätzend hier an diesem Level. Toll. Also es ist gut, dass ich Edna mit reingenommen habe. Weil die meisten Gegner hier drin schwach gegen Erde sind. Aber mein Gehirn bringt ja mal gar nichts. Also... Ich weiß nicht. Gegen... Leider haben sie Widerstand gegen Wind und würde ja was anderes machen. Aber... Hallo? Ich musste allerdings auch mal schauen, wie Edna eingestellt ist. Ich meine, sie steht natürlich auch automatisch. Logischerweise. Aber... Sie soll halt mehr zaubern. Sie soll überhaupt nicht in den Nahen Angriff gehen. Das war Radiant, Edna. Radiant, Edna. Uh. Äh. Strategie. Abstand halten. Ja, das sowieso. KP verwalten. Ist okay. Angriffsrate. Auf Angriffe konzentrieren. Und bei etwa 25. Das ist doof. Taktik. Allerartes gleichmäßig einsetzen. Nahkampf. Schnelle Angriffe. Auf Schwächen. Beim Angriff. Bäh. Das ist ja... Doof. Hm. Na gut. Auf Angriffe konzentrieren. Machen wir halt mal das. Was? Schwäche. Feuer. Ja. Ich bin gerettet. Ich glaube, ich setze gerade den falschen Zauber ein. Ja. Ja. Oh. Oh. Ich mach euch so fertig. Oh. Und ich erwische immer mehrere auf einmal. Aber... Es sind so viele fällt mir gerade mal so auf. Wieso sind da so viele? Burn! Hä? Es werden irgendwie nicht weniger. Es werden irgendwie nicht weniger. Mal gut, dass diese... Kellerassenflücher immer so stehen bleiben. Wenn das nur ein Nebenspiel so wäre. Schau dir mal vor, das wäre ein Dark Souls so. Das wäre angenehm, glaube ich. Es wäre ein... sehr nettes Spiel. Für den Nachmittag zwischendurch. Am liebsten mag ich hier drinnen, glaube ich, die Elefanten. Und der Gegner, der hier lauert, der ist am... Oh. Doch nicht der. Es gibt hier noch ganz ekelhafte Gegner. Die mag ich gar nicht. Dieser Tempel ist größtenteils, glaube ich, auf physische Angriffe ausgelegt. Aber das ist ja kaum eine Chance. Weil die einzige, die feuerphysischen Angriff richtig ausführen kann, ist Lila. Und Sarai nur bedient. Ja, mach ich natürlich, Rose. Zweiundzwanzigste Jahr des gemeinsamen Kalenders, Monat des Grün. Der Wasserseraf erschien und drängte mich, zum Hirten zu werden. Bruder liest er das vor? Ich höre es gerade gar nicht. Der Wasserseraf erschien und drängte mich, zum Hirten zu werden. Er sagte, ich hätte großes Potenzial. Aber kann ein Schwertschmied wie ich wirklich zum Hirten werden? Oh ja. Okay, es wird nicht vorgelesen. Ich habe es schnell mal reingehört. Öh. Darfst du jetzt auf? Nein! Na Gott sei Dank. Solange dieser Gegner nicht aufkommt, bin ich zufrieden. Dann kann mir hier nichts passieren. Außer, dass Etna vielleicht vergiftet wird oder wir alle vergiftet werden. Schnell, Zauber! Das war nicht so der beste Akte, aber immerhin. Ja, ja! Das ist ein rotes Abbeckchen. Wie cool. Okay. Ähm. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, wo ich jetzt hin muss. Warte mal. Nee. Ich muss, glaube ich, erst hier rum. Auf jeden Fall muss ich jetzt hier schon aufpassen, weil hier, as you can see, Augen sind. So. Und ich kann dort aber hin. Also hier. Okay, 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 okay. Jetzt muss ich da rüber. Sollte ja kein Problem darstellen. Wasserring. Wasserring. Äh. Die Treppe hoch komme ich aber von hier aus nicht, aber ich komme dahin, aber das mache ich jetzt noch nicht. Ich will jetzt erst einmal kurz schauen, was mich im Hauptraum erwartet. Schweingart. Schweingart. Nicht, dass ich den ganzen Weg nochmal zurücklatschen muss, das wäre richtig scheiße. Ich will. Ich will. Ich will. Ich will. Ich will.